Herzlich Willkommen auf der Expo Rodeo Neuland 2012. Es begrüßen Sie Flavio Regil und Oswaldo Schapanski. Seit 18 Jahren wird die Expo Rodeo Neuland jetzt schon ausgeführt. Es werden verschiedene Produkte ausgestellt, unter anderem auch Rinder. Viele Aussteller nutzen diese Gelegenheit, um auf diesen 12 Hektaren ihre Produkte zu präsentieren. Und viele Leute besuchen diese Ausstellung. Aber auch kulturell wird viel geboten. Wie jeden Freitag und Samstagabend auf dem Expo Rodeo Neuland Gelände, zeigen verschiedene lokale, nationale und internationale Künstler ihre farbenprächtigen Shows. Wer dieses Jahr dabei war, werden wir an dieser Stelle noch nicht verraten. Dafür müssen Sie schon das komplette Video anschauen. Und auch die Cowboys und Girls aus den verschiedenen Reiterclubs bieten ihre Reitkünste dar. Doch genug der Worte. Sehen und hören Sie selbst. Expo Rodeo Neuland 2012. Bis zum nächsten Mal. So etwas mehr. mein Leben. Es gibt's Soskonparente. Bis zum nächsten Mal. Solange bei der Worte. Anweshaas. Drei Mal. Besonders. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank, dass Sie sich dieses Video angeschaut haben. Und bei der nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und bis zum nächsten Mal. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.